Kriegen wir schon irgendwie hin? Ich muss sagen, die roten Segel sehen schon cool aus. So. Ganz ohne. Komm. Ja, das war unsere Brick. Haben wir überhaupt richtig? Ja, tun wir. Aber lass mich doch einfach auf meiner Reisegeschwindigkeit hier. Jetzt hast du die schönen Leute beim Singen unterbrochen. Das geht doch gar nicht. Holz, Metall. Cool. Ähm, Metall. Natürlich. Natürlich. Nein. Einholen! Super! Feuer! Eine Schwachstelle! Feuer! Auf euer Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer! Wir uns nicht lang, Käpt'n! Setz Bomben rein! Feuer! Kla- Äh... Langsamer. Oh. Na? Komm ich da noch drum? Der gehört mir! Entern! Die Crew töten. Einer. Ah, von hier aus krieg' ich die einfach nicht getötet, ja? Komm. Nutzen wir mal das Ding hier. Das geht doch um einiges. Das geht doch um einiges. Besser. Hä? Hä? So, haben wir jetzt auf diesen Teilen unendlich viel Munition oder was? Ah, nur 10 Metall, zur Comax Flotte senden. Brauchen die Jackdaw eigentlich, oder die Morrigan nichts zu reparieren? Und so weiter, also das ist, oh, hey, aua, Holz, 5 Metall, ne, brauchen wir nicht, weiter geht's. Komm schon, was haben wir denn da f- na? Boah, Metall, 5 Metall, Metall, die haben alle kein Metall dabei. Das ist schade. Naja, egal. Ja, zum Teufel, was war hier los? Kesego Wase, dann sind wir zu spät. Nein, Frau Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Körnel es halten. Ihr hört den Captain Manor, beeilt euch! Ja, wir dürfen jetzt uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das bedeutet, wir müssen das Ding erreichen. was der weil auf sie aufgehst wirken jetzt überhaupt an wieso doch in der letzten zeit gar nicht an ich verstehe das nicht so ein paar kugeln so ein bisschen was da und hiervon kann man sich mal geben ist das nicht so ein kinderlied kommt raus kommt raus wo immer ihr seid soll mich nicht den kämpfer verwickeln lassen gut auf hoch mit dir dann versuche ich das mal zählte das jetzt als kampf ich glaube nein 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 Ja. Viele eliminieren. So. So, das letzte. Wo bist du? Das Manuskript. Ihr verwahrt es. Bringt es zu Morrigan. Ich befehle es. Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Da haben wir ihn doch. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Ja. Glaub ich. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Ich kann nicht nachladen. Aua. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Lauf doch nicht die ganze Zeit immer weg. Ha, gasp mal still. Aua. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Glaubst du, du kannst mich bezwingen. Ja. Klapp mal still. Na, gau. Hoch mit dir Ja, jetzt habe ich zumindest Munition Ach, ich habe ihn getötet Kesegowase, es musste nicht so enden Und ob, du bist ein Feind Achilles verlangt einen Tod Was er tut, ist falsch Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern Du wirst scheitern Munro ist jetzt schon tot Was meinst du? Ab zum Munro Weg hier Liam 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 sagt mir jetzt nichts Zumindest aktuell nichts Hm Hoch mit dir Kriege ich das mit Kannst du den mal aufheben? Boah Heb ihn doch einfach auf So Gut Das Manuskript Ein Assassinen Name ist Liam Ich hole es zurück Ich schwöre es Hätte ich den Nicht rechtzeitig aufgenommen Hätte ich den rechtzeitig aufgenommen Wäre er jetzt noch am Leben Garantiert Mit einem Pickelgewehr Töten Das wäre auch eine Idee gewesen Naja Ich habe es so hinbekommen Ja Ich bin Es ist so hinbekommen